hi freunde und herzlich willkommen hier war cgaming flow wieder am start heute gibt es einen bonus upload an diesem freitag future stars team nummer zwei steht an das ist einmal der loading screen und genau darum wollen wir uns heute kümmern um den loading screen um die leaks und um spcs die schon geleakt worden sind was erwartet uns hier die nächsten tage in bezug auf die future stars promo alles heute hier gemeinsam in diesem video schauen wir uns an bevor wir rein starten in das video lasst gerne liebe da 500 likes geben wir als ziel aus dass uns die so schnell wie möglich voll machen gerne auch wieder die 600 700 800 likes voll machen falls ihr immer leite zuschauer seid lasst gerne mal support da schreibt mir in die kommentare wie ihr die leaks findet und worauf ihr euch am meisten freut lasst gerne wie gesagt liebe da das ganze geht mit einer interaktion entweder ein daumen nach oben kommentar da lassen ihr könnt auch gerne das video teilen oder natürlich ihr seht es unten ihr könnt gerne auch kostenlos einmal ein abo da lassen wenn ihr es noch nicht getan habt viele haben das noch nicht getan die gerade dieses video schauen dann holt das sehr sehr gerne nach ich kann euch versprechen hier gibt es immer täglich mindestens einen upload und so wie heute zwei uploads denn heute abend schauen wir uns natürlich gemeinsam den 19h content noch mal in einem separaten video dann an also falls ihr heute abend oder generell die nächsten tage zur future stars promo dabei sein wollt kann ich euch nur empfehlen gerne kostenlos einfach die glocke aktivieren ich bin hier täglich für euch am start und macht für euch den fifa 22 content check den kanal ab wir haben die letzten tage einiges angegriffen hat auf jeden fall mega spaß gemacht und insofern check den kanal ab es lohnt sich so jetzt aber zu future stars team nummer zwei das ist der loading screen der seit gestern drin ist wolfsburg spieler mit 90er rating 92 rating und ein deutscher und wir haben auf der rechten seite in holländer mit 85 def ich habe euch gestern abend schon im video gesagt zwei spieler wurden schon veröffentlicht durch die twitter seiten von ea sports das ist von adams der leipziger ja von leipzig der adams oder so gesagt eher gesehen und dann haben wir in gravenberg das ist wahrscheinlich der auf der rechten seite mit 85 def sehr sehr wahrscheinlich und die beiden wurden auf jeden fall geleakt die sind in future stars team nummer zwei bei denen wissen wir es auf jeden fall schon zu 100 prozent ja und dann wurden welche geleakt die sind sozusagen nur zu 99 prozent sicher aber auch die 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 seiten oder die die das geleakt haben die haben immer richtig gelegen insofern können wir da auch jedenfalls 100 prozent sagen die werden sehr sehr wahrscheinlich zu 99,9 prozent kommen vorab bevor wir zu team nummer zwei gehen möchte ich mit euch über die future stars tausch boni einmal quatschen beziehungsweise über future stars tausch insgesamt denn heute abend ist es soweit es ist der elfte zweite da werden die boni in spcs rauskommen also das future stars swaps programm sozusagen beginnt und ihr seht hier in game ja schon seit längerem was halt eben diese boni sind wir gehen gleich noch mal auf die offizielle seite wir können uns unter anderem gallagher und frimpong der zwei karten sozusagen 86er rating und 88er rating einmal abholen das startet heute und geht bis zum 25 also zwei wochen können wir so ich das gelesen habe uns die rewards einmal abholen ja da gehen wir noch mal weil da gibt es neue informationen auf die offizielle seite und da können wir gerne mal sagen wie ihr das ganze auf jeden fall liest also vorab während der toddy schon während der toddy woche konnten wir ja schon uns die token einmal einsammeln wir sind aktuell seit gestern bei stand 20 token und hier heißt es einmal bis zum ende der bevorstehenden future stars kampagne kannst du dir bis zu 28 future stars tausch token sichern dann heißt es weiter für das tausch token werden hauptsächlich in verschiedenen squad building challenges und aufgaben bereitgestellt punkt und dann heißt es dann im lebensatz darüber hinaus ist ein token in squad battles verfügbar ist ja aktuell aktiv und ein weiterer wird in den future stars kampagnen in einem pack im foodshop angeboten das heißt so wie ich das lese es gibt also insgesamt 30 token die wir jetzt natürlich holen können also das heißt 28 können wir so oder so quasi uns sichern und unabhängig von den 28 gibt es noch mal zwei boni token in squad belts eben und als future stars pack sozusagen im foodshop verfügbar so wie wir das zur winter wildcard promo auch am start hatten so das heißt für mich es gibt 30 token das heißt jetzt aktuell kommen noch ab heute zehn neue raus sozusagen so lese ich das ganze lasst mich da gerne mal wissen wie ihr das ganze seht ich werde euch weiter auf den laufenden halten in bezug auf future stars token lasst gerne wie gesagt ein abo da hier gibt es immer täglich jeden abend schauen wir uns das an welche token sind da und auch bei instagram in den story highlights markiere ich da noch mal alle von token nummer eins bis wirklich zum letzten token könnte auch in den story highlights das abchecken und die nummer komplett durchgehen und gucken habt ihr den 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 und so weiter und so fort ja und dann kommen wir zu den rewards lasst mich da gerne jetzt schon mal wissen wir werden das heute abend wie gesagt noch mal im detail bequatschen welche packs holt ihr euch da holt ihr euch heute abend vielleicht schon ein pack also insgesamt gibt es ja ja sozusagen rewards gibt es ja noch nicht von squad man jetzt also 19 token sozusagen man könnte sich also schon heute dieses 85 x 10 pack beispielsweise sichern man könnte sich den flimpong holen die 88er version oder den mit 8 token sozusagen ultimatives pack für fünf könnte man sich holen und so weiter und so fort aber dass die rewards da habe ich ja schon separates video gemacht so jetzt wird es interessant denn hier haben wir jetzt einen neuen code seite gestern abend am start und zwar ist es ein future stars team 1 pack das ist ein foot store pack da wurde auf jeden fall noch mal bestätigt es ist tatsächlich ein pack im store und es ist kein squad keine squad building challenge was man jetzt erstmal vermutet so ein garantiertes future stars team 1 pack wäre natürlich nice als spc auf der anderen seite wird hier vermutet dass das vielleicht in zusammenhang und da sind wir dann wieder bei den swaps eben mit diesem pack im footshop mit dem jeweiligen token in zusammenhang steht das müssen wir mal abwarten aber hier auf jeden fall neuer frischer code für euch als information ein garantiertes future stars player pack von team nummer eins ja und jetzt kommen wir zu den leagues zu team nummer zwei ich zeige gleich komplett noch mal das ganze team jetzt gehen wir bei step for step erstmal alle spieler durch und zwar im team ein miranda ein hoher miranda auf der linken seite junger spieler mit ordentlich pace sehr sehr wahrscheinlich aber da haben wir das problem dass bei real biet ist wir schon alex marina beispielsweise haben so als inform als auch als die winter wildcard karte insofern wahrscheinlich sehr sehr schnell sehr sehr günstig dann gehen wir weiter zu sally su ein weiterer innenverteidiger der gefühlt hundertste der hier am start ist da bin wir gespannt wie sein antritt und spielgeschwindigkeit heute abend aussieht und wie sein boost sozusagen ist aber dementsprechend muss da auf jeden fall ordentlich was an push drauf kommen an boost dass der interessant wird das schauen wir uns heute abend dann mit den ingame stats etwas genauer an moment salisu ein weiterer innenverteidiger aus der premier league es gibt ja so wenig haha nee nee ja aber es geht weiter in der offensive mit einem liga nos spieler in bezüge auf liga nos wird es auf jeden fall nice eine weitere option es ist nun es er hat drei stände drei stände da hoffen wir auf jeden fall auf den skirm oder will quote upgrade sehr sehr wahrscheinlich bekommt er eins weil mit drei ständen drei ständen wird er wahrscheinlich sehr schnell sehr uninteressant dies die karte ist natürlich jetzt noch bei porto wird sehr wahrscheinlich sehr sehr bald dann eben eine liverpool karte kriegen ich glaube sie müssen noch ein sieg holen und dann würde quasi auch diese dias karte die headliner version von ihm geupgradet werden ja und sonst auf der linken seite haben wir schon gialleno beispielsweise oder everton die würden dann abgelöst werden je nachdem wie denn sein boost aussieht dann haben wir carburet der ist aus der league und hier wird es interessant in bezug auf den link hier haben wir ordentlich pace am start also der bekommt vielleicht 99 pace auf der kompletten antritt und sprit geschwindigkeit geschichte aber hier wird es interessant nicht nur league-on-link sondern auch den link zum beispiel zu tap soba durch die nation da könnte man also coole hybrids kurz machen gucken wir uns aber im detail heute abend an dann aber brian gill auch er muss meiner Meinung nach in boost kriegen er hat nur drei sterne drei sterne hoffentlich bekommt er vier sterne vier sterne und dann gucken wir uns das mal an schuss boost muss er definitiv kriegen wie sein boost dann insgesamt aussieht schauen wir uns heute abend an weiter geht es dann mit adams der ist bestätigt worden der könnte sehr sehr nice werden er hat hoch arbeitsraten hat drei sterne drei sterne das könnte eine richtig geile allrounder karte werden fürs mittelfeld für die bundesliga gut da gibt es natürlich auch schon viele optionen ob es ein so ist zum beispiel und so weiter und so fort aber wir schauen uns das dann heute abend im detail an adams mal schauen was er für stats so bekommt weiter geht es mit einem weiteren innenverteidiger er ist diesmal aus brasilien von der roma es ist ibanez zwei sterne zwei sterne weiterer innenverteidiger brasilianische nation gut zu linken wir schauen uns heute abend die ingame stats mal an könnte auf jeden fall sehr sehr nice werden warten wir das ganze einfach mal ab aber ja wir sehen hier wieder pace def und physis wäre wahrscheinlich eine sehr sehr geile karte innenverteidiger haben wir aber wenn es nach mir geht langsam mal genug dann haben wir kakere oder wie auch immer ausgesprochen wird drei sterne drei sterne hat auch er und hier das gleiche wie mit adams er könnte eine nice allrounder karte werden er hat high high arbeitsraten hoch hoch auf jeden fall sehr sehr geil und je nachdem wie sein boost aussieht könnte das eine richtig geile allrounder karte werden vielleicht sogar skim oder weak foot upgrade je nachdem kann man ihn dann vielleicht auch offensiv einmal einsetzen dann ein altbekannten von der winter wildcard promo wir konnten ihn ja quasi alle holen und jetzt durch die rückblick spc auch noch mal zurückholen sozusagen oder auch eine option haben ihn zu bekommen und zwar ist das dacca ja er hat ja nicht vier stunden weak foot bekommen vielleicht bekommt er jetzt vier stände vier stände karte mit der future stars karte die könnte natürlich geisteskrank aussehen hoffentlich ein bisschen pass boost und dann könnte das wirklich eine richtig nice karte werden vielleicht ist diese karte aber dann auch schon wieder hinfällig oder diese karte ist nach wie vor dann wichtig weil sie vier stände weg foot hat und die future stars karte nur drei sternen drei sternen hat da bin ich mal gespannt wie er das einmal handelt ja dann kommen wir schon zu den zum start zum start screen sozusagen und zu den leaks denn gravenberg ist auf jeden fall hundertprozentig safe und diese karte die ocl karte war schon sehr sehr nice und das wird auf jeden fall heute abend ein richtiges beast werden gravenberg eine fette fette karte mit ordentlich plus 80 stats also da haben wir dann auf jeden fall bellingham 2.0 sozusagen freue ich mich drauf bin ich gespannt wie er aus dann aber petri hat noch gar keine special karte wie so sehr interessant ganz einfach er hat vier sterne vier sterne und dementsprechend kommt es jetzt auf seinen boost an aber wenn wir bei barcelona um die ecke gucken wie haben wir da aus der jetzigen promo richtig ein ferran torres also man kann sich jetzt ein richtig geiles past and present sozusagen von ja barcelona einmal zusammenbauen ob das mit der dest sbc ist die continue sbc piqué den ihr damals vielleicht mitgenommen habt oder die jong den jetzt auch frisch durch eine sbc bekommen hat pedri auf jeden fall wird wahrscheinlich ein biest sehr sehr geile geschichte freue ich mich drauf bin ich gespannt auf den heftigen boost dann geht es weiter mit einer sbc die auch momentan als potm draußen ist warum er hat vier sternen fünf sternen deshalb könnte interessant werden und auf seinen boost wir gucken uns mal gerade diese 83er karte an könnte es interessant werden also wenn darauf jetzt noch mal ein ordentlicher boost kommt allein wegen seinen vier sternen fünf sternen vielleicht sogar als futurs das karte eine sehr interessante karte die werde ich definitiv mal testen wenn ich sie denn dann ziehen sollte weiter geht es mit dem startscreen und das ist ein lacroix ihr seht es vielleicht im subnet auch schon je nachdem wie es aussieht er ist auch als wolfsburg spieler geleakt worden wir gehen gleich noch zu den objectives karten und so weiter und so fort aber hier sind wir dann wieder bei der innenverteidigung der wird geisteskrank da müssen wir nicht drüber reden frankreich wolfsburg alle schon am anfang von fifa immer bei der base karte schon immer angst gekriegt hoffentlich eine ordentliche reaction und dementsprechend bin ich gespannt auf heute abend wie sein boost aus jetzt bei 3k nach dem motto wir wissen dass er kommt wird es ist dann der nächste im loading screen er wurde geleakt auch bei ihm interessant eben durch seine vier sternen vier stände wie sein boost denn aussieht wir haben die potm karte als momentan höchst geratete karte draußen und dementsprechend sind wir mal gespannt auf heute abend den boost dribbling sets könnte nice werden ich sehe hier schon wieder ein dead eye auf ihn zukommen mal schauen wie das heute abend aussieht aber durch seine vier sternen vier sternen und vielleicht bekommt er eben auch noch fünf sternen skills oder fünf sternen weak foot das wäre natürlich noch mal ein richtig geiles ding wenn er da auch noch ein boost bekommen würde aber so auf jeden fall future stars team nummer zwei und hier seht ihr auf jeden fall noch mal alle karten die stats sind nicht 100 prozent confirmed aber wie gesagt hier seht ihr auf jeden fall alle namen die in team nummer zwei sind die sind wir gerade durchgegangen hier nochmal zur visualisierung für euch am start ja dann gehen wir weiter und zwar zu den objectives da haben wir ein chuck weise bestätigt bekommen er bekommt die academy objective spielerkarte und anscheinend kommt auch noch ein weiterer und das soll amine jury werden die beiden sollen kommen anscheinend jetzt noch zwei on top da bin ich mal gespannt wie und wann die released werden von ea an sich eine coole geschichte mit dem academy geschichte mit dem boost mit dem upgraden finde ich eine coole geschichte lasst mich da gerne eure meinung noch mal wissen ja und dann haben wir badia schill der soll als quad building challenge kommen wann genau kann ich euch nicht sagen er soll aber kommen in bezüge auf den link zu seinem teamkollegen von monaco den wir auch zuletzt ja gezogen haben ich will nicht spoilern als zm badia schill ist am start ja und er wir können uns das vielleicht gerade noch mal anschauen mit welchem was hat denn informiert hat immer noch er seine erste special karte wäre das also er soll als quad building challenge kommen und dann haben wir hier quasi choameni als link werden wenn jeder gelsen martins natürlich auch also die optionen sind dann in bezug auf links und hier monaco gar nicht so schlecht ja und last but not least haben wir dann auch noch die abstimmung die sehr wahrscheinlich enden wird mit rechter flügel ihr seht es hier die endergebnisse right wing mit 61 prozent dabei da hat ea sports gefragt wie sieht es auch welche positionen soll es denn werden das wird wahrscheinlich heute abend auch eine squad building challenge werden wir hatten ja letztes mal die brasilianische squad building challenge draußen ist ja noch mal der von von basela gewechselt ist zur fiorentina ich komme gerade nach genau talent scout sieger squad building challenge haben wir da artur cabral am start 7 80er die war ja ein bisschen überteuert und insofern hoffe ich dass heute abend auf jeden fall ja eine andere spc kommt hier wird schon in den kommentaren vermutet dass vielleicht ein adiemi wird also da bin ich mal gespannt ob das wirklich ein adiemi wird das wäre auf jeden fall eine richtig nice squad building challenge da können wir auf jeden fall uns darauf freuen es wird ein deutscher und ein rechter flügel ich bin sehr 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 gespannt muss jalla soll ja anscheinend nicht in der future stars promo irgendwie ob als objective spieler spc oder eben als spieler im mini release und co nicht auftauchen ist ein bisschen schade meiner meinung nach aber lasst mich gerne eure meinung wissen zu future stars team nummer zwei das waren die informationen für den heutigen mittag ich bin gespannt wie es heute abend aussieht ich hoffe ihr seid wieder mit dabei und ja ich hoffe ich konnte euch helfen ein paar informationen geben lasst mich gerne eure meinung wissen ich bin sehr sehr gespannt lasst uns gemeinsam mit der community quatschen und wir sehen uns dann heute abend wieder entweder im live stream oder auch dann hier im video lasst gerne liebe da danke für euren support kurs geht raus euer flo von archie gaming ciao